Rekurvia Brauch wir ein bisschen Geld Haben wir viel Geld Da war ein bisschen weniger, hast du dich noch mehr? Nein, was soll das? Ich hab schon lange eingezahlt Dattes Wegzoll Na, den macht nicht mal nützlich, geh mal Christian abholen Ja, wir fahren schon mal Entschuldigung, du hättest das Quad jetzt mal voll wegrammen müssen, ohne Witz, das wär voll explodiert. Ja, wetten wir, wir werden explodiert und der Quad wär weitergefahren. Wahrscheinlich. Oder der Quad, wir explodierten, hättet ihr euch mitgenommen. Ja, oder so. Wie teuer ist denn dieser Hedge-Tag, oder wie das Ding heißt? Ich glaub, der kostet 18.000 oder so. Der Offenbar kostet mittlerweile 35. Oh, krass. Hadi! Was denn? Geh doch nicht mal weg! Die guck in deine Richtung! Was denn? Ja, ich guck mich halt um! Du guckst nicht um, indem du von deinem Rechner weggehst? Die trägt jetzt abgeworfen. Wie? Was willst du jetzt abholen? Wo soll ich hingucken? Meine Richtung als Fahrer. Ja, tu ich doch! Ja, ist auch jetzt mittlerweile gut. Ich bin wieder abgeworfen. Soll ich dich jetzt abholen? Wo bist du? Ja, fahr mal den Berg hoch. Wat? Ich bin im Berg. Ich bin im Berg, den großen. Kommst du vom Berg? Ich hab die Limousine. Da kannst du schneller rennen. Du hast doch gerade gefragt, wie du mich abholen sollst. Ja, ich dachte, du läufst um die Straße. Nein, ich hab das schon fünfmal erzählt. Ich hab noch 300 Meter. Zugriff. Aussteigen hast du einen Überfall. Ohne Spaß, wenn du auch nur einen Meter fährst, dann knall ich dich ab. Dann fick ich dich. Steig aus. Knall ab! Ich hab gesagt, du sollst aussteigen. Der ist weg. Der ist weg. Das kann doch nicht wahr sein. Was hört der denn aus, ey? Ausrauben. Ich wollte dir gerade Geld holen. Die Polizei landet auf. Die Polizei landet auf. Die Polizei landet auf. Das sind die Bullen. Das sind die Bullen. Das sind die Bullen im Headback. Ich sag das nicht. Ich hab keine viel Geld. Ich hab 80 Dollar hab ich abgenommen. Ja, sicher. Ich hab keine Teufel. Da, da passen aber keine fünf Leute rein. Ich bin beliebiert. Ja, ich dachte du. Ich bin mit drin. Ich bin drin. Nein! Ich sag das, da kann ich jetzt rein. Er hat ihn mit seinem Truck, der kann schon einen Abgang machen. Da kommt was anderes an. Vorsicht! 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 Was geht hier ab? Oh mein Gott! 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 Null! Null! Raus! Raus! Wie raus! Oh mein Gott! Ich kann das nicht! Achso! Scheiße, Mann! Was machen ihr, Kinders? Renn! Renn! Und lass dich nicht erwischen. Da sind die in mich reingefahren. Wieso muss ich eigentlich rennen? Ich hab gar nichts gemacht. Die machen ja echt voll die Suicide Bomber. Ohne Scheiß! Hardy, lebst du eigentlich noch? Nein! Rayleigh landet jetzt gerade. Glaubst du eigentlich, dass ich nach dem Feuerball noch lebe? Das war so geil! Wie einfach der Wildsang rönt. Aber ich kenn da ja auch keinen Spaß schon immer, wa? Da kommt schon einer. Da kommt ein Offroader. Ist Offroader spannend genug? Ja, frag den mal, ob der nicht uns irgendwie helfen kann. Hallo? Offenbar nicht. Ja, du hast ne Waffe in der Hand. Du sollst ja vielleicht nicht... Ich kann die nicht wegstecken! Ja, Chris Held hat machen müssen. Ja, okay, dann mach ich. Sehr geil! Wie sie hier mit dreimal versuchen, den Hunter zu klauen. Weg von dem Fahrzeug, oder? Ich muss Gebrauch von meiner Schusswaffe machen. Wie sie mittlerweile mit acht Leuten in das Fahrzeug rumstecken! Wie die Geier, ey! Jetzt stehen sie alle auf der Straße. Und jedes Mal, wenn sich der Polizist umdreht, kommen sie wieder angerannt. Wie die Kakerlaken im Licht, ey! Oh, jetzt sitzen sie alle auf der Straße. Oh, oh! Und wieder einer am Fahrzeug dran. Wir sind auf nem Highway, warum kommt denn hier keiner? Ja, verstehe ich auch nicht. Lol, jetzt sitzt einer drin! Lol, Balian hat dir die Schlüssel für einen Strider gegeben? Ja, rein da, Hadi! Ja, rein! Da kommt ne Auto! Da kommt ne Auto! Da kommt ne Auto! Da! Wir sind rechts von dir! Oh! Ist drin! Nein, noch nicht! Alter, ich fahr' noch nicht! Los! Peter, ich bin der, der vorne steht! Alter, was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Wo ist der? Ich töte jetzt die Polizei mit! Ja, komm doch her! Ja, bleib stehen! Da ist der! Ja, bleib stehen! Der schießt auf die Püren, Mann! Schießt! Ich hab keine Schuss, Peter! Das war geil, Jay! Ja, Mann! Ja, ich war aber los! Lol! Alter, irgendjemand hat hier gerade richtig hinten drauf gefahren. Das war's! Ich bin tot! Ich auch! Oh mein Gott, ich fahr' mit drei Reifen jetzt noch! Klops! Klops! Von Donald Duck getötet! Ich fahr' mit drei Reifen jetzt weg! Von Donald Duck getötet! Nein! Alles klar! Ich fahr' mit drei Reifen! Oh mein Gott! Sie haben mich eingeholt! Oh mein Gott! 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 Sie rammt mich weg! Oh nein! Lol! Ich werde dich kampflos aufgeben! Guck mal! Jawohl! Ich lebe doch! Oh mein Gott! Ich hab' doch nur ne kleine Spritztour gemacht! Hahaha! Alter, was hier beim Auto hinten los ist! Unterlassen Sie das bitte sich für die Polizei auszugeben! Hahaha! Hahaha! Ich hab' die gemacht! Hahaha! Hahaha! Geh' nie vom Fahrzeug weg! Hahaha! Ich hab' mich doch jetzt noch ins Gefängnis, verdammt! Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hab' Ja, ich hab' hier nur ne Fahndungs, deswegen schweren Diebstahl! Ach jo, da war ja was! Hahaha! Hahaha! Alles cool! Okay, ich komme! Haben Sie wohl dann alle! Kommen Sie mal wo auch hin! Ja! Okay! Okay, ich bin drin! Hahaha! Hahaha! Ah! Ich bin blöd! Luca! Hey, Achtung! Klammer da! Ohne! Ohne! Hahaha! 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 Das hat mal eben vorbe... Ohne Probleme geklappt! Hahaha! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hahaha! Hahaha! Das Sonderheizerskommando wird gestohlen, Junge! Hahaha! So wie sich das gehört einfach nur! Hahaha! Hahaha! Wer ist denn da jetzt einfach durch, Junge? Hahaha! Hahaha! Fuck, ey! Hahaha! Hahaha! Fuck, ey! Hahaha! Aus welchem Grund? Weil dies eine Sperrzone ist! Hahaha! Gibt schon gut los! Hahaha! Möchte Sie bitten... Bis wohin geht die? Bis vor... Bis vor zu dieser Laterne! Ist die Mülltonne hier? Hahaha! Ich bringe sie mal hin! Ich bringe sie mal hin! Gar kein Problem! Achso, hier ist sie schön! Vielleicht stehst du da drauf! Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich zeig Ihnen kurz zu! Hier haben Sie es direkt festnehmen! Warte, ich bin doch nicht da! Ich bin sofort dabei! Hören Sie mal! Guter Mann hier! James Ryan, ja! Uns liegt eine Beschwerde vor, dass Sie offenbar das Quad geklaut haben, dass ich hier gerade mal... Nein, nein! Bleiben Sie stehen! Hören Sie mal! Nicht hier wegrennen! Hahaha! Stehen bleiben! Der hat mein Quad geklaut! Der hat mein Quad geklaut! Der hat mein Quad geklaut! Officer, jagd ihn! Ich bin im Ordnungsamt! Das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt! Hören Sie mal, junger Mann! So geht das aber nicht! Hahaha! Ja, wech! Genau, Peters autoritäre Stimme! Das Widerstand gegen die Staatsgewalt! So geht das aber nicht! So geht das aber nicht! Man muss aber sagen, das ist authentisches Ordnungsamt! Weißt du? Genau! Vielleicht... Hier am ATM in der Stadt! Am Arsch! Ja, das steht doch nicht mehr! Das ist schon beschlagnahmt worden! Das hat Peter beschlagnahmt! Ja, das ist schon beschlagnahmt! Ja, das ist schon beschlagnahmt! Jetzt muss ich wieder... Ich hab 350 Dollar dafür bekommen! Ich beschlagnahm ja alles, Junge! Fick dich, Peter! Warte mal! Das Leben hat keinen Sinn mehr! Guten Tag! Wollen sie nicht lieber runterkommen? Es ist ziemlich gefährlich, was die da oben machen! Hahaha! Ja, der schnellste Weg wäre jetzt einen Schritt nach vorne! Ach, der Schritt nach vorne! Ach, der Schritt nach vorne! Ach, das ist aber... Ja, oder sie drehen einfach rum und gehen wie jeder normale Mensch die Treppe runter! Da ist aber grad schon mein Freund bei gestorben, die Leiter runter zu klettern! Das stimmt sogar! Los, spring doch! Ich wette, du traust dich nicht! Fuck you! Hahaha! 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 Äh, geh mal bitte weg! Ja, das ist doch getraut! Ja, das ist doch getraut! Hier kommt dann jetzt auch der Strafzettel, dann haben wir die Sache auch soweit gegessen! Das ist so lieb von Ihnen! So lieb von Ihnen! So, sie haben jetzt eben die Wahl, ob sie das jetzt annehmen, zahlen! Sehr schön! Und sie fahren jetzt mit uns dann mit? Habe ich sie jetzt gekauft oder was? Als Putzfrau? Als Putzfrau? Für die 350? Machen sie jetzt meine Wohnung sauber hier in Kamerl? Aber meine Leidenschaft ist und bleibt die Polizei, da werde ich auch bleiben! Aber sie sind nur Ordnungsamt und nicht Polizist! Hahaha! Hahaha! Habe ich gehören zur Polizei! Hahaha! Hahaha! Mit Shift kannst du... Ja, hab ich bin ich doch grad gedrückt, deswegen ist er auch 140 gefahren! Bist doch Gott gedrückt, Junge! Bin ich doch gegründet! Oh, hier ist unsere Kurve! Hahaha! Hä? Hadi, soll man dich hier schon mal... Lass mal ausstehen! Wenn die Polizei vorbeikommt, soll die aussteigen! Dann haben wir ja noch keine Munition! Und keine Waffen! Das sind die ja nicht! Keine Waffen! Achso, ja, das ist cool! Hey! Wenn wir mit der Geschwindigkeit in die Planker heizen, sind wir tot! Hahaha! Oh, hier ist die bricht durch die Kurve! Oh, Hadi! Hadi, ey! Nice! Captain Obvious habe ich jetzt zu langer! Aber wieder mal den Hadi gemacht! Warum? Alter! Wie kann man so Rain-Afka sein! Du hast der Kongo-Camp vorbeigetreten! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich kann dir noch nicht, bitte. Ich kann hier noch nicht raus! Warum schon?